ARD Text im Auftrag von Funk Hier rein? Ja. Ich habe den Fisch. Hier in die Bladwanne? Ja. Nein. Shit, es nervt mich langsam. Ah! Schwyder gewonnen. Ich halte ihn dachen. Hallo? Ich habe den Fisch. Jimmys Kopf steht sofort in der Flamme. Er mögt wie ein Tier, dreht sich, und versucht mit seiner Hand die Flamme auszulassen. Das schafft er natürlich nicht. Der Jimmys ist einfach mit einer brännenden Rübe in der Gasse zusammenbrot. Ja, und du glaubst nicht, dass es nachher passiert ist. Ist das nicht unglaublich? Kann man so sagen, ja. Was hat der Scheissb**** gemacht? Scheissartenabgang zu machen. Sag nichts, das stimmt. Ok. Ja!